Etappe 6 geht los. Wir fahren heute von Andermatt über den Vorkarpass zurück nach Priens am Priensersee. Andermatt über den Vorkarpass zurück. Das war Philipp, unser Begleitfahrzeug. Auf zum Vorkarpass! Da ist der Vorkarpass. 900 Höhenmeter auf 13 Kilometer. Irgendjemand atmet hier schwer. So schaut das Sommertraining der Mädels und Jungs vom Davoser Skiclub aus. Wow! Oh! 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 okay jahleluya Kann ich das ab jetzt jeden Tag nach dem Frühstück haben? Oh man, gigantisch hier. Tja, schade, dass ich weiter muss. Schrappschwitz. Oh yeah. Fokataas. Der erste Pass des Tages ist 4K Pass. Made it! So, ihr seht mich etwas gedrückt, ich hatte nämlich da oben am Furka Pass eine Drohnenmission gestartet, die Drohne sollte automatisch hier runter fliegen, hat sie wahrscheinlich auch gemacht, aber meine Abfahrt hat zu lange gedauert und ich finde sie jetzt halt nicht mehr. Also sage ich, rest in peace Mavic Air, vielleicht findet dich jemand und schickt dich nach Hause, ansonsten hast du hier ein schönes Graben. Der Rohne-Kletscher und hier die Rohne. Auffahrt zum Grimselpass. Der Talort ist Gletsch und hier schlängelt sich die Passstraße zum Grimselpass hoch. Tja, vom Rohne-Kletscher ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, ich bin immer gefrustet, klar. Das wird auch noch eine Weile einhalten. Zweiter Pass, Punkt 11. Schick, schick. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, wow, wow! Bah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Oberaar Immerhin noch mit einem kläglichen Gletscherrest super toll Traumbike, eingespieltes Team jetzt ab zum Mittagessen jetzt ab zum Mittagessen mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier jetzt kurz reinspringen, das wäre was Aber wir haben ja noch einen Job zu erledigen. Kurz Beine ausschütteln. Drei, zwei, eins, baaah. So viele krasse Ausblicke wie heute hatte ich wirklich bisher auf noch keiner einzigen Radtour. Eigentlich fehlt jetzt hier oben bloß noch Heidi. Der Rest ist schon da. So, gleich wird es richtig steil. Da genießen wir nochmal schnell den Ausblick. Ciao, ciao. Noch 300 Höhenmeter, dann ist das Tagesziel aus meinem Sack. Willkommen zu Hause. Mit Adrian und Dieter unterwegs zur großen Scheidegg. Das werde ich sehr, sehr lange nicht vergessen. Nee, falsch. Das vergesse ich nie wieder. Ja, ja. Ja, das ist nie wieder. Musik Klappe Klappe Krass, krass, yeah! Stark! Wow, wow, wow! Danke dir! Große Scheidegg, wir haben es geschafft! Auf der großen Scheidegg, sie trennt! Krindelwald im Westen von Meiringen im Osten. Und hier drüben haben wir den Blick auf die Eiger-Nordwand. Ich liebe diese Postbusse in der Schweiz, fantastisch! Und ich habe vorhin gelernt, dass ein Jahresticket, also man kann dann die komplette Schweiz mit dem Postbus abfahren. 3.300 Franken kostet. Ja. 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 So, auf uns wartet jetzt eine anspruchsvolle Abfahrt nach Grindelwald. Und drück die Daumen, dass alles gut geht. Tschau! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollen bloß weg Zurück am Prinzersee Mit der besten Crew Eine Woche Schweizrundfahrt nähert sich unweigerlich ihrem Ende Leider, leider, leider Ein Schotterweg Führt zurück zum Ausgangspunkt unserer Tour So, offiziell ist unsere Rundreise beendet Ich bin gerade mit Gruppe 1 unten am Grand Hotel gewesen Habe aber entschieden Noch ein bisschen Zeit für mich zu nehmen Und hoch Richtung Achsalp zu fahren In Summe wären das nochmal 1000 Höhenmeter Bin noch nicht sicher, ob ich es komplett fahre Ich will einfach noch nicht Ja, das Radeln hier beenden Es war eine zauberhafte Woche Habe viel gelernt, auch über mich selbst Neue Freunde gefunden Ein paar Grenzen verschoben Grenzen getestet Und bin rundherum zufrieden Okay, ich habe eine Drohne verloren Bin dort vielleicht ein zu hohes Risiko eingegangen Aber letzten Endes ist es auch egal Ich glaube Es gibt schlechtere Gräber Als in der Nähe des Rhonegletschers Und vielleicht habe ich ja auch Glück Jemand findet sie und Sendet sie zurück Ich habe hier eine Plakette angebracht Mal schauen Bis später Bis später Ich habe Achsalp erreicht Quasi der Ort oberhalb des Kornhotels Hier ist jetzt aber wirklich Schluss Mit der Schweiz Rundfahrt Hat gut getan Nochmal knappe 700 Höhenmeter zu fahren Der Himmel zeigt sich veränderlich Mein Leben wird sich in gewisser Weise verändern Aber das gehört wahrscheinlich dazu Also positiv bleiben Ziele definieren Darauf hinarbeiten Und auch Spaß haben Darum geht es Ganz ganz lieben Dank An dieses Bike An diese Beine Die momentan Ja Nur noch hochgelegt werden wollen Und gepflegt werden wollen Aber das kriegen sie nachher auch Ganz sicher Es ist so unglaublich schön hier Zwischen diesen Wiesen entlang zu fahren Und nur den Grillen zuzuhören Traumhaft Vielleicht gibt es davon noch ein Käppchen für mich Das wäre der krönende Abschluss dieses Wahnsinns Tages Mit zwar bloß 160 Kilometern Aber 4000 Höhenmetern Wow Ich merke das Ich bin auch kaputt Und es reicht Ciao Ich bin auch kaputt Ich bin auch kaputt Geil, sauber. Herr Champ, gratulation. Ich danke dir für die Unterstützung, Philipp.